Was hast du davon? Wer war jetzt unartig? Das war ein scheiß One-Liner. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mach heute mal wieder ein bisschen Minecraft und wir spielen die Evil-Center-Boss-Fight-Map vom guten Disco. Ich weiß, es ist nicht mehr ganz Weihnachten, aber ich wollte euch einfach mal wieder ein Minecraft-Video zeigen. Und Disco ist jemand, der ist sehr bekannt dafür, so coole Redstone-Maps zu machen. Sehr interessante Sachen. Und ja, ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Hier ist ein Nether-Portal, da gehen wir einfach mal rein. Please equip your Armor. Natürlich machen wir Diamond Chestplate, Unbreaking, Bow of Christmas Spirit, mit plus 10 Bonus gegen böse Riesenroboter. Dann haben wir noch den Elf Whacker 2000, um Elfen zu knüppeln. Ja, ist doch ganz nett. Und einen einzigen Pfeil, ich nehm an, ja, der hat Infinity. Gut, dann legen wir mal los. Hoffen wir mal, dass das Ganze läuft. Ich werd wahrscheinlich derartig verkacken. So, jetzt fallen wir hier runter. Oh, es leckt ein bisschen. Aber das ist normal. Denn das hier ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert hier? Ich seh nichts. Das ist ein Apfel. Ja. Ja. Bin ich direkt in die Lama gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Du los. Muss ich zu gucken. Der Schmock guckt mich nur an, wie ich verbrenne. Wunderprächtig. Ja. Bleckt schon wieder. Na, diesmal nicht so sehr. Äh... Was soll der? Kack. Was? Jesus. Ich hab nur keine Ahnung, was hier abgeht. Ich hab nur zwei Leben scheinbar. Ja, hab ich gerade verbraucht. Übrigens, das Texture Pack ist auch im Disco. Ich weiß, mich das interessiert. Hier gibt es auch ein Interview. So. Ach, das ist so ein Elf. Verschwindet der Elf. Ich leck nicht. Bitte. Danke. Was will der Elf denn da drüben? Ich habe gesagt, dass ich Sprintjumps hasse in Minecraft. Ja. Ja, er wird uns kennen. Reden wir nicht hier. Ah. Versch den Apfel. Versch den anderen Apfel. Oh Gott. Das hat er absolut nicht für mich gemacht. Ich bin ziemlich schlecht in diesem ganzen Jumping-Bedust, wie ihr sicher ja wisst. Wenn ihr mir schon länger zuguckt. Na komm, treff den Obix einmal. Ja, Feuerwerk. Geil. Drüber gesprungen über den Pfeil. Scheiße. Da ist so ein... Ah, fuck. Da ist so ein Elf aufgetaucht. Das ist ein dreckiger Elf. Das lagst schon wieder. Immer wenn ich hier rein... reinfliege, lag es... ist auch nicht so schön. Das liegt bestimmt daran, dass ich gleichzeitig auf Raps laufen habe. Oh mein Gott, er hört nicht auf. Leidenschaftsmann. Okay, da ist auch einer. Oh, gut. Da ist auch einer. Ja! 11 Wow! Wow! Ich meine ja, dass das ganz schön schwer ist hier. Ich hab nur lieb... Ich glaub ich hab grad getroffen. Durch Kiel, ich mach hier rein zu springen. Ich wusste es! Ich wusste es doch! Ich wusste es doch! Komm schon! Nein! Ein Millimeterchen daneben! Yay! Oh! Ich bin direkt reingespringen! Das war mein letztes Leben. Ja, du bist gestorben. Ich glaub ich muss das jetzt noch vorne machen. Das ärgert mich grad sehr, dass es leckt. Das liegt halt daran, dass hier wahrscheinlich so viel Redstone am Start. Ich hab vielleicht sogar, äh, hab ich's bemerkt. Die Augen sind mir gefolgt vom Weihnachtsmann. Da ist bestimmt ne Menge mit Combat-Blocks und so am Abgehen. Ah, jetzt lebt's aber gar nicht mehr so schlimm. Das hat sich so ein bisschen gefangen. Alter! Scheiß elf! Klappiss dich! Nein! Oh ja! Wenn man springt und dann anfängt zu brennen, dann, äh, fällt man mit einem Sprung runter. Klar! Oh Gott! Das ist das stressigste Weihnachten, ich hier hatte. Ah! Ja! Wenigstens kann ich diese scheiß Elfen so weit weghauen. Das ist ja das einzige, was mir hier Freude bereitet. Also wenn wir hier gucken, mir hat er wieder 32 Leben, der Arsch. Kriegen wir doch nie Hilfe. Viel zu schlecht dafür. Schießen! Was? Also rennt das hier alles! Jesus! Ja, woher soll ich denn wissen, wenn da so ein Elfen... verdammt nochmal! Was ist denn das Literally ein Scheiß elf? Ja, ich flieg aus der Map! Ja! Der golden Apfel. Oh Gott! Es hört halt einfach auf mich auf Leute. Das ist mega stressig. Vielleicht seid ihr ja viel geskillter als ich in Minecraft. Ich bin halt ein totaler Noob. Das müsst ihr mir jetzt auch an der Stelle verzeihen. Aber ich würde euch ja eigentlich nur die Map zeigen. Mit allem, was dazugehört. Also auch meinen Gefäle und meinen geilen Matrix-Move, die ich hier habe. Das ist meine Wege verpackt. Hab ich aber gerade noch in letzter Sekunde bemerkt. Jesus, ich merke die da drüben auf die Weihnachts-Mann-Insel. Ach, komm schon. Noch drei Schuss. Komm schon. Ein Leben. Fuck. Vor allem merkt man einfach nicht mehr diese scheiß Elfen-Spawn. Da sagt er zwar was, aber wer guckt denn hier schon in den Chat, wenn er genau zielt? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh Gott, ich bin in das Portal gefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der letzte Schuss. Sein letztes Leben. Jaaaah. 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 Da ist sein Gesicht explodiert. Exzellent. Ja, you win. Was hast du davon? Wer war jetzt unartig? Was für ein scheiß One-Liner. Naja. Bin ja nicht bloß für das. Da, hier noch einer. Zwischen die Augen. Und raus hier. Hä? Oh. Jo. Das war die Map vom guten Disco. In der Beschreibung könnt ihr die Map runterladen und euch selber an Santa versuchen. Vielleicht seid ihr ja viel besser als ich. Und zumindest schneller fertig. Äh, das Texture Pack von ihm gibt es dort auch. Ja, ich verabschiede mich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, äh, hinterlasst einen Kommentar und ein Like. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und ich mach in letzter Zeit zwar nicht mehr so viel Minecraft, aber in Zukunft bestimmt wieder. Und nebenher mach ich auch noch ein paar andere coole Sachen. Guckt euch das einfach mal an. Vielleicht gefällt euch das. Macht's gut.